Hey Leute, was geht ab? Euer Pex United ist am Start und heute habe ich mal hier ein Sticker Album Update vorbereitet. Der Panini WM 2014 Sticker Serie in Brasilien. Ich habe mir das Hardcover Sticker Album früher gegönnt gehabt, also letztes Jahr 2014 irgendwann auf jeden Fall. Heute ein kleines Update. Ich habe mir davon auch noch ein paar Stickertüten bestellt, weil hier fehlen mir noch richtig viele Sticker muss ich sagen. Und deswegen habe ich mir einfach noch mal ein paar Tüten bestellt, weil ich will unbedingt dieses Album voll haben. Und naja, die Update Sticker hatte ich mir auch schon gekauft, deswegen auch hier diesen Sticker hier vorne einfach reingeklebt. Ich wusste halt nicht, wo ich ihn sonst reinkleben sollte. Dann geht es hier weiter mit so gesagt der richtigen ersten Seite. Da fehlen mir hier auch noch drei Sticker, drei, vier und fünf sogar. Dann haben wir da den WM Pokal, den offiziellen Ball und so weiter. Dann kommen wir zu den einzelnen Stadien. Da fehlen mir auch noch ein paar Hälften. Und das Stadion von Sao Paulo fehlt mir ganz. Dann haben wir hier noch mal ein paar Werbungen so gesagt. Und dann kommen wir zu den einzelnen Mannschaften. Und da sage ich euch bloß ein paar Spieler, die ich hier so habe. Nämlich Neymar, ein richtiger Topstar. Okay, leider nicht. Aber in der WM 2014 halt nicht so zum Einsatz gekommen. Neymar schon, aber Team Brasilien. Ich sage nur, Klatsche gegen Deutschland. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Dann geht es weiter mit Kroatien. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie viele Sticker mir noch fehlen. Vielleicht habt ihr auch ein paar Sticker, die mir fehlen. Dann könnte man ja tauschen. Wäre natürlich nice. Kroatien geht es weiter mit Mexiko. Fehlt mir die 81 und die 86. Hier Chicharito, Giovanni dos Santos. Nennenswerte Spieler. Kamerun, da fehlen mir noch richtig viele Spieler. Ich weiß nicht warum, aber da fehlen mir halt sehr, sehr viele. Hier Enkudo, der Innenverteidiger und so weiter. Spanien, Gruppe B. Spanien bei der WM 2014 auch nicht zur Geltung gekommen, sage ich mal. Hier mit Juan Mata, Cesc Fabregas, Casillas, Ramos und so weiter. Niederlande, ebenfalls sehr viele Spieler, die ich noch nicht habe. Robin van Persie habe ich, aber Silesen, Gute Guzman, Kiele mit Alexis Sanchez, Arturo Vidal. Arturo Vidal stand ja auch im Champions League Finale mit Juventus Turin. Barcelona hat aber gewonnen. Dann Australien, die letzte Mannschaft aus der Gruppe B. Mit Matthew Lecky und Tim Kale als nennenswerte Spieler. Hier nochmal alle Stadien, beziehungsweise die Orte der Stadien besser gesagt. Mit ein feines Bild, mit ein schönes Bildchen hinzugefügt. Dann Kolumbien, Gruppe C. Mit Adrian Ramos, James Rodriguez, Fréli Guarín und so weiter. Griechenland mit Sokrates, den Dortmunder Innenverteidiger. Salpingides, Theophanes Gekas. Wer ihn noch kennt, schreibt mir mal gerne einen Kommentar, weil Theophanes Gekas früher in der Bundesliga und so weiter ein richtiger geiler Spieler. Dann Elfenbeinküste habe ich hier einen Touré. Ich habe beide Tourés, Kolo Touré und Jaya Touré, Leute. Der Touré-Song ist einfach der beste, meiner Meinung nach. Dann hier Japan, die letzte Mannschaft aus der Gruppe C. Mit Shinji Okazaki, ein richtig geiler Spieler in FIFA 15. Meiner Meinung nach habe ich mit ihm schon über 150 Spiele oder sowas. Ich habe ja auch einen FIFA-Kanal, deswegen sage ich es hier gerade. Uruguay, dann Gruppe D mit Suarez, den kleinen Beißer mit Cavani und so weiter. Costa Rica. Dann England. Hier habe ich atemberaubend viele Sticker, muss ich sagen. Und ich weiß auch nicht, warum. Immer hat England nicht richtige Logos und keine richtigen Trikots hier bei den Panini-Stickern. Wahrscheinlich wegen den Lizenzen. Ich weiß es aber nicht genau. Müsste ich mal Thilo oder sowas fragen von Top Trading Cards. Der kennt sich damit immer aus, sage ich mal. Ballotelli, Immobile von Italien. Jetzt hier wieder weiter mit der Gruppe E. Schweiz. Ich blätter jetzt einfach mal etwas schneller durch, dass ihr einfach seht, welche Sticker mir fehlen. Ecuador. Dann Frankreich mit Paul Pogba und Benzema. Griezmann, Giroud. Honduras, kenne ich so gut wie keinen Spieler davon. Argentinien natürlich hier mit Lionel Messi. Die standen ja im Finale gegen Deutschland. Und ihr wisst ja, wie es ausgegangen ist. Richtig nice natürlich. Bosnien-Herzegovina hier mit Kolasinac. Ibizovic war ja auch noch da. Ja, Vedat Ibizovic war auch noch hier enthalten. Iran. Dann Nigeria. Wen kann man da nennen? Emanuel Emenike, das Biest. Dann kommen wir hier zu den Weltmeistern. Dann nenne ich einfach mal alle, die ich habe. Philipp Lahm, Benedikt Uwil des Emikadira. Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Mario Götze, Kevin Großkreuz, Lukas Budolzki und Thomas Müller. So, dann geht es weiter mit Portugal. Cristiano Ronaldo. Ich fand es lustig, wo Deutschland gegen Portugal gespielt hat. Und Ronaldo genau die Ein-Mann-Mauer von Philipp Lahm getroffen hat. Hat Ghana hier. Dann noch USA. Weiter geht es mit der Gruppe H. Da haben wir Vermahlen. Oder hier die zwei Lockenköpfe. Axel Witsel und Villaini. Algerien haben wir noch. Wen kann man da so nennen? Brahimi. Yassin Brahimi, ein richtig guter Mann. Dann Russland, die vorletzte Mannschaft kann sein. Ja, vorletzte Mannschaft, genau. Mit Aleksandre Kersharkov. Und dann haben wir hier noch Südkorea mit Jisung Park. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der ist nicht bei. Oder habe ich vielleicht noch nicht. Aber hier Kuh von Mainz. Und ja, das war es denn hier mit den Sticker-Albungen. Hier nochmal hinten ein paar Fotos. Von der Qualifikation. Und so weiter. Werbung, 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 Werbung. Und dann habe ich hier Coca-Cola-Sticker. Es gab Coca-Cola-Sticker. Wusste ich gar nicht. Also wer die Coca-Cola-Sticker hat, die kann er mir gerne zusenden. Weil die kriege ich ja nicht in den normalen Boostern. Deswegen. Auf jeden Fall war es das hier mit dem Sticker-Album Update der WM 2014. Ich finde es richtig geil, dass es so ein Hardcover früher gab. Also letztes Jahr fand ich richtig geil. Habe ich mir gleich gekauft gehabt. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut da rein. Euer Pex und Leute, das draus. Tschüssikowski. Und ciao. Tschüssikowski.